Leute, Leute, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und heute machen wir eine Runde. Wer ist fetter? Ist es Kid Mave? Oder Lukas? Oh, du Mann. Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst natürlich gerne auch mal ein Like unter diesem Video da. Natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ein Abo da zu lassen, damit wir auch mal irgendwann die halbe Million Abonnenten schaffen. Beziehungsweise die 450.000. Das wäre erstmal unser erstes Ziel, Leute. Bitte, weil es seid ihr. Klopp ab hier. Yeah. Äh, ja. Bitte, weil es noch Kid Mashmo. Oh, ja. Oh. Äh, was macht ihr da, Digga? Oh, ja. Äh, äh, hau mal ab, Digga. Ey, was machst du da? Perfekt, Juhu. Du weißt schon, dass der Bautiltyp ein Typ ist. Tapio. Und Minderjährig, Digga. Hä? Das passt doch. Und die Map ist gebaut von Kabu95, OneKennyLeoni, DavidLiemc und Ivo-Freunde. Danke an mein Bautiltyp. Kuss geht raus. Wollten wir mal sagen, Jungs, kommt rein. Warte, 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 warte. Ja, ja, ja. Warte kurz. Äh. Alter, das war gar nicht das Dein ist, Digga. Ich schwör. Okay, let's go. Gehen wir rein, Jungs. Und wir fangen an mit, oh, 1 Start. Okay, ich weiß immer noch nicht, wie es funktioniert. Worum geht es hier überhaupt, Digga? Wir müssen hoch. Wir müssen erraten, was der ist. Ich habe vorhin gesagt, erklären wir das Format. Du erklärst einfach nicht. Oh, ja, stimmt. Freunde, wer das Format nicht weiß, wie das funktioniert, erklärt, kommt es kurz in der Erklärung und dann geht es schon los. Der ist fetter Modus in Fortnite. Und so, Freunde, Freunde, geht es in diesem Modus darum, dass wir entscheiden müssen, was von was fetter ist. Zum Beispiel Odoman oder Kidman, schreibt doch in den Kommentaren. Und, Freunde, wenn wir richtig erraten haben, kriegen wir Münzen und mit denen können wir uns natürlich Waffen kaufen und dann let's go in den Bett. Let's go. Let's go, Eisberg an. Äh, oh, wir müssen da rein. Okay, wir müssen da rein. Okay, wir müssen da drauf, Lukas. Okay, wir müssen zu dritt eigentlich rein. Okay, was ist schwerer? Ich sag Auto. Ah. Oder ein Eisberg. Oh, warte mal, warte mal. Ganz kurz. Das ist schwierig, weil ein Eisberg kann auch mal kurz zwei Tonnen biegen. Eisberg kann richtig schwer sein. Eisberg ist schon heftig, Digga. Sagen wir es mal so, warte, wir vergleichen mal. Odoman pinkst so ungefähr 200. Na, 200 Tonnen. Ne, 200 Kilo, 200 Kilo. Wie oft würde Odoman so reinpassen an den Eisberg? Ne, Bruder, Eisberg müsste schnell zu Tonnen sein, niemals. Doch, ich sag aber trotzdem Auto. Ich sag Auto. Also, ich sag Eisberg. Du, Eisberg, okay, dann gehen wir rein in die Lösung, Freunde. Was sagt ihr? Oh mein Gott. War es Eisberg? Nein, Otto. Scheiße, das war es Auto. Tanzen, um zurückzugehen. Okay, Gewinner kriegen hier die Gewinnermünzen und der Verlierer kriegt natürlich die Verlierermünzen. Und tanzen, um zurückzugehen. Boom. Dann, let's go, Level 2, seid ihr bereit? Let's go rein, noch nicht rein, noch nicht rein, Admit, noch nicht rein. Okay, seid ihr bereit? Drei, zwei, eins, let's go. Auto. Hubschrauber oder Bus? Ich sag Hubschrauber. Nein, nein. Du hast schon gelockt, du hast schon gelockt. Ja, okay. Voll getankt kann, oh, Digga, sehr schwer. Digga, guck mal, musst du überlegen, Hubschrauber fliegt und der muss leichter sein. Genau, da müssen die Volldruck machen, dass es halt leicht ist. Ich sag Bus. Ach, verdammt, Digga. Ja, ich hab Hubschrauber gesagt. Alleine die großen Bus, Digga. Ja, das war gar... Level 3, guck mal, wir werden immer zwei Hubschrauber, seid ihr bereit, Level 3, oh, rein. Was ist schwerer? Ein Hubschrauber oder zwei Autos? Nein, Autos plus Autos. Was ergibt das? Das Plus zählt auch. Ach, das Plus zählt auch. Ja, ja, das schwer ist ein plus ein zwei Kilo. Ich sag zwei Autos. Du sagst zwei Autos schwieriger als ein Hubschrauber? Ja, ich eingelockt. Boah, nein, ich log Hubschrauber ein, Digga, sag ich dir ehrlich. Ich sag auch Autos, weil zwei Autos, wir müssen eigentlich einfach nur so überlegen, sind zwei Autos... Nein, es ist der Hubschrauber, Junge! Was? Ja, sind zwei Autos so schwer wie ein Bus, wollte ich gerade sagen. Niemals, niemals, Bruder, ein Auto... Ich guck jetzt nach, Digga. Ich guck jetzt, Hubschrauber, Gewicht, jetzt gibt's Ärger. Wir sehen uns gleich, jetzt gibt's Ärger. 2,7 Tonnen. 2,7 Tonnen war es ein Hubschrauber. Ja. Ja, und jetzt? Und jetzt? Ja. Jetzt geben wir einen Bus. Wie viel wiegen zwei Autos? Äh, ja... Ein Auto wiegt nur eine Tonne. Die Dings ist halt, die Dings ist halt, was für Autos es sind. Deswegen gehen wir jetzt einfach weiter, ich habe einfach gewonnen, halt da mal. Ein normales Auto wiegt heute circa 1.400 Kilo. Das sind insgesamt dann 2.800 Kilo. Digga, Kipner ist so ein schlechter Verlierer, ne? Du bist so ein scheiß Verlierer, Digga, ich schwöre dir. Du kleiner Biss. Das hat aber nur keinen Sinn gemacht. Komm einfach rein, Digga, wir machen weiter mit dem Web, Digga. Wer ist fetter und wer hat's gefettet? Okay, let's go. Was ist schwerer, okay? Was soll das überhaupt sein? Oder so ein Computertisch-Thing. Ich sag das Computertisch-Ding. Meinst du? Ja, Sam. Ich sag auch Computertisch-Thing. Ich sag Satellit, keine Ahnung, was das andere sein soll. Es war das Computertisch-Things. Satellit hängt ja am Haus oder so, der muss ja leicht sein. Ja, der Hauptschrauber muss auch leicht sein, aber ist schwieriger als 2 Autos. Komm, let's go. Geh einfach rein, du Biss. Was ist schwerer, 2-Huschen-Thorrent-Kram? Junge, die haben wohl den Helikoptern. Ey, Junge. Ja, ein scheiß Kram, Digga, Junge, der wiegt 1.000.000 gefühlt. Nein, Kram, ist nicht schwer. Heli-Thorrentisch-Thorrentisch-Thorrentisch-Thorrentisch-Thorrentisch. Ich sag Heli. Ich sag auch 2 Helis, Digga. Ja, hier, leck mich. Das Einzige, was am Kram schwer ist, sind die Gewichte unten dran. Du bist die Gewichte unten dran, stilbend. Aber die macht's aus, glaube ich. Hä, Bruder, das sind auch keine Gewichte hier. Ja, deswegen sag ich ja, sind Helis eigentlich schwerer. Ja, eigentlich sind Helis schwerer. Okay, Leute, wir machen weiter. Ich glaub, das ist das Letzte, Jungs, das ist das Letzte. Let's go, Reiter! Level 6, Tourist, kommt rein. Die Truhe ist leer. Oder so ein Rüstungsding. Guck mal, Bruder, er schreibt leer mit Haar, Digga. Kein Wunder, dass 2 Autos schwerer sind als 1. Hahahaha. Ihr habt mein Bauteam, die immer Rechtschallfehler haben. Kuss geht raus, Digga. Leer, Digga. Vor allem, guck, ich sag auch noch zu meinem Bauteam. Ey, Jungs, baut, baut. Ihr habt eine Woche Zeit, baut die Map. Bitte André-Bautim-Like. Guckt in den Raum an. Ey, ist doch André-Bautim-Like. Oh, oh. Besser sind die jetzt auch nicht? Oh, okay. Was sagt ihr, Jungs? Leere Truhe oder die Rüstung? Es ist sehr schwer, ich weiß auf jeden Fall aus meinen Mittelalterzeiten. Ja? Das ist, die, also die ist fucking schwer, Digga. Die Rüstung ist echt schwer. Ich weiß halt nicht, wie ich, ah, ich hab noch nie eine Mülltonne hochgehoben. Außer Odoman, den hab ich kurz mal angehoben. Er sagt Mülltonne, Bruder. Ich weiß nicht, wo du hier eine Mülltonne siehst, Digga. Ist doch eine Mülltonne, oder? Oh mein Gott, Digga. Das ist ein Ding im Grill. Cringe. Ich sag die Tonne. Die Tonne, ich sag Rüstung. Ich sag Rüstung, Digga. Der Papa hat mal wieder gewonnen, Junge. Es war die Tonne, Digga. Es war die Tonne, Digga. Natürlich war es die Tonne. Okay, Jungs, darf ich mal sagen, haben wir, wie viele Münzen habt ihr? Ich hab 225. Ich hab auch 225. Geht mit. Ich hab auch 225. Echt? Ja. Okay, Jungs, wir haben immer gleich geraten. Okay, uh, ein Portal. Uh, ein Portal, Jungs. Uh, ein Portal. Uh, ein Portal. Uh. Uh. Okay, und wo können wir jetzt Waffen kommen? Ach, hier. Hier. Oh, safe wird das Jagdwerk gegönnt erst mal. Puntgun, Digga. Oh, fein. Jetzt hab ich nicht mehr genug für den Bump. Nein. Ah, dumm Kopf. Okay, was kaufen, was kaufen wir noch, Leute. Sag ja, der Landa. Sag ja, der Landa. Okay, ich hab... Okay, ich hab... Ich bin Team 1. Ich muss aufpassen, ich fing jetzt. Sag sie jetzt schon, Lukas hat eine Pro-Punt-Waffe. Ich hab keine, hä? Du bist Team 3. Ich bin Team 2. Ach, du dummes Stück Scheiße, Digga. Ich hab einfach... Digga, haben sich jetzt so wenig Mühe gegeben, dass die wirklich... Bruder, das ist die Fight-Map. dass sie wirklich den Anfang als... Mein Bauteam, warte ganz kurz, ich muss kurz ne Ankündigung machen. Wenn ihr Bauteam-Mitglieder werden wollt, bitte bewerbt euch auf meinem Discord. Ich würd mal sagen, es geht direkt los mit dem Battle. Ich und Lukas sind auf dem selben Sport. Egal, mach einfach. Wer ist drin im Haus? Wir beide. Echt? Sack und erlander! Haben wir wirklich nur 100 Leben, Digga? Geht bis 3, oder was? Es geht bis 3, ich hab nur 1 Leben verloren, Digga. Okay, nein, wir haben 200 Leben. Okay, let's go! Ich werd hier alles ra... Wo ist? HÄÄÄÄH! Hör auf! Du machst die ganze Zeit Taktik mit Raketenwerfen und Pumpgun! Raketenwerfen und Pumpgun! Ja, ich hab nur Raketenwerfen und Pumpgun! Hey, Digga, wir haben neun Minuten. Wir müssen mal ein bisschen strecken, wir müssen mal auf Lukas gehen, Digga, jetzt. Aber wo ist er, Digga? Aber wo ist er? Ich hab dich! Du Hund! Oh, oh! Chill, chill, chill! Ich hab noch ein Leben, Lukas! Wir müssen strecken, Digga. Hallo, wir müssen strecken. Lass dich markieren. Lass dich markieren. Oh, nice, du hast ihn. Wo spawnt der? Lasst spawn trappen. Wo spawnt der? Hier, hier, hier. Zagadalada! Digga, wir spawn trappen dich jetzt. Hör doch auf, warum? Digga, Sprengkommando oder was? Ich klatsche euch. Scheißegal. Komm, Jakimel, Kidwilf. Ey, Lukas, du hast kein Leben mehr! Ich bin nur ein Schwein. Anscheinend habe ich auch noch ein Leben. Warum habe ich noch ein Leben? Wir haben fünf Leben, wusstet ihr nicht? Ach, wir haben fünf Leben! Ja, das war meistens. Du hast dich jetzt selbst angeschossen, oder? Das war... Flammen, Bruder. Komm, Digga, wir kippen uns jetzt rein. Komm, Land! Ich bin das fetteste Kind der Welt! Ah, nein! Wo ist Lukas? Wo ist Lukas? Er ist wieder ein Prop, Bruder. Machen wir jetzt Prop-Hunt, oder was? Ja, Digga! Okay, mach, ähm... Defekt, Odoman war zu fett. Odoman, ich werde dich opfen, Digga! Ich werde dich einfach opfen, Bruder! Wo bist du? Und... Leute, wir haben, glaube ich, zehn Minuten erreicht. Das Video gibt zehn Minuten. Alle cut es so, dass es zehn Minuten bekommt. Wenn nicht acht Minuten. Weil Monetarisierung geht auch ab, acht Minuten. Deswegen freue ich mich, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Like, da lasst ein Abo da! Schreibt unten in die Kommentare, wer fett ist. Kickbiff Odoman oder a wife, Leute. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst... Hab ich doch gerade wie gesagt, Digga. Aber wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Und... Ciao!